Hier in diesem Video mal kurz gezeigt, dass die DJI Mavic Air ohne Probleme in der Hand landen kann. Ich steuere die Drohne kontinuierlich nach unten und gebe mit der Hand eine Fläche, die sie als Hindernis erkennen kann, damit sie nicht direkt wieder starten will und dann greife ich zu, halte sie fest und die Motoren werden gestoppt. Nachmachen geschieht auf eigene Gefahr und wenn ihr das versucht, haltet die Drohne schön im Auge, damit sie euch nicht in selbiges reinfliegt. Bis dann!